also ich stehe jetzt hier gerade auf der straße vor bussenberg und ja also wir haben ein bisschen nebel da aber es ist jetzt wieder fast weg es ist noch deutlich zu wenig da oben scheint der mond ja ich hoffe mal das wird noch ein bisschen besser und ja schauen wir mal also wir sind jetzt hier angekommen oben am bultstein ich filme jetzt gerade hier mit dem iphone weil ich mit meiner z6 nichts sehe aber wir haben perfekten nebel hier oben das sieht alles sehr sehr vielversprechend aus ich hoffe jetzt mal dass die sonne hier noch wunderschön durchleuchtet und vielleicht hier irgendwann mal durchschimmert damit der nebel hier ein bisschen angeleuchtet wird aber schauen wir mal aber sieht auf jeden fall schon mal ziemlich vielversprechend aus also sind jetzt hier oben am bultstein angekommen wir haben wunderschöne nebel im tal unten die sonne kommt hier auch bald durch wollen wir haben wirklich perfektes wetter erwischt der nebel könnte gerade hier so in dem mittleren bereich ein bisschen mehr sein aber es können wir ein bisschen zuziehen zum sonnenaufgang da hinten sieht man jetzt nicht haben wir die burg bärwertstein die schaut gerade perfekt aus dem nebel raus beziehungsweise jetzt nicht mehr aber gerade noch vor zehn minuten wäre das perfekt gewesen und ich hoffe nachher dass man die sonne wunderschön rein leuchtet dass ich die in meine komposition mit reinpacken kann wunderschön so als kleine insel im nebelmeer und da hinten haben wir die burg drachenfeld sie gerade perfekt aus dem nebel raus schaut da werde ich gleich nochmal meine kamera aufbauen und ein foto machen aber ich denke wir haben dort morgen sehr sehr gute bedingungen und dann schauen wir mal was das morgen bringt hier auf dem bultstein langsam aber sicher gehen wir richtung sonnenaufgang und wir haben hier immer eine schöne stimmung ich habe hier bei einer komposition die so eingerichtet sich die burg diesmal in der mitte platziert habe normalerweise setze ich mein hauptmotiv eher rechts oder links auf die vertikale linie aber ich habe es mal genau anders gemacht und in die mitte reingesetzt weil ich finde das deutlich angenehmer weil man da so eine kleinere simmetrie drinnen hat ich habe gerade eben von einem anderen fotografen erfahren dass wir auf der drachenfels oder sie dort oben glaubt zu 10 zu 15 sind also einmal die ganzen markenbotschafter von case wenig die letzten tage unterwegs war beziehungsweise gestern abend und dann noch mal normale fotografen hier aus der pfalz aber schon gut was los am samstagmorgen und deswegen habe ich auch gesagt ich nutze die chance ich gehe lieber auf den bultstein weil da hat man wie man sieht ziemlich viel platz da hätten auch noch andere drei vier fünf sechs fotografen platz gehabt und ich finde es deutlich angenehmer als wenn man sich dann irgendwann ein fotomotiv zu zehn legen wie den platz teilen muss und ja es ist nicht ganz so schön im besten fall wenn ihr hier im pfalzwald unterwegs seid versucht auf jeden fall montag bis freitag irgendwie an dem foto spot zu sein und nicht am wochenende weil da ist am meisten los und ja es macht keinen spaß dann mit 10 15 fotografen sich einen spot zu teilen und auch die stimmung ich finde das ist halt nicht mehr ganz so super wie es eigentlich sein soll deswegen wenn ihr unterwegs seid pfälzer wald lieber am wochenende da habt ihr nicht am wochenende lieber unter der woche da habt ihr auf jeden fall eure ruhe und da ist deutlich weniger los also langsam aber sicher wird das foto sogar besser als ich dachte denn wir haben jetzt hier oben noch mal wunderschön diese pinken farben im himmel hier auf der kamera es sieht einfach genial aus gleichzeitig noch den mund mit drauf den ich aber nicht in der komposition habe weil sonst müsste ich wieder ein bisschen mehr brennweite nehmen da würde der ganze nebel die burg unten im vordergrund nicht so rauskommen aber das ist schon eine sehr sehr schöne stimmung hier und die hat man auch nicht jeden tag ich habe mir jetzt hier noch mal dafür entschieden einen verlaufsführer drauf zu machen denn die z8 das wollte ich schon z7 sagen aber die z8 hat einen sehr sehr guten dynamikumfang genauso wie die 7er aber ich mag es dann doch lieber wenn der himmel noch ein bisschen abgedunkelt ist gerade wegen den rottönen es passiert häufig dass dem histogramm dann doch ausbrennen dass das weiß histogramm sprich die kombination aus allen farbtönen perfekt passt aber eben der rotton ein bisschen ja ausbrennen dass die töne verloren gehen deswegen gehe ich hin habe hier noch mal den case amour verlaufsbilder vorne drauf 0,9 ein softer verlauf und da habe er seit über einem jahr mittlerweile das case amour system bin mega zufrieden mit ja es macht einfach spaß damit zu fotografieren und jetzt drücke ich hier noch mal schön drauf und diese stimmung die wir haben es ist echt wahnsinn es ist echt unfassbar also ich bin wirklich viel hier unterwegs beziehungsweise die letzten jahre eher weniger es hat so ab 21 bis nachgelassen ich glaube ich bin jetzt zum ersten mal wieder bei sonnenaufgang mit nebel unterwegs seit einem halben jahr also es hat schon abgenommen aber ich will auf jeden fall die nächsten wochen wieder mehr hier draußen sein solche stimmungen erleben und das ist doch was die landhaus fotografie ausmacht es geht ja nicht mehr nur um das foto sondern eher so um die stimmung drumherum und die stimmung heute morgen ist einfach gigantisch ja die sonne ist jetzt raus gekommen weil wir eine wunderschöne lichtstimmung haben da unten diese lebelschwaden die hier durch die wälder ziehen da habe ich gerade eben mal ein bisschen mit dem tele fotografiert mit dem tamron 100 bis 400 und jetzt werde ich noch mal mit der drohne fliegen und mal schauen was so die perspektive von oben sagt aber ich glaube das könnte ganz gut ausschauen so langsam neigt sich das fotoshooting im ende entgegen und ich habe jetzt hier meine z8 noch mal aufgebaut mache hier wunderschöne zeitraffer von der drachenfels wie so der nebel rechts und links vorbei schwappt und auch vorne bei der burg berwertstein genau das gleiche es ist einfach unfassbar wie viel glück wir mit dem nebel heute morgen hatten ich bin auf jeden fall mega zufrieden wenn euch das video gefallen hat drückt gerne mal einen daumen nach oben und dann schreibt mir in die kommentare welches der fotos heute morgen euch am besten gefallen hat von der blauen stunde jetzt vom sonnenaufgang oder eben des zeitraffer schreibt es gerne mal unten rein und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten video was wahrscheinlich in norwegen oder in norwegen aufgenommen wird denn es geht mitte februar mitte september nicht mitte februar nach norwegen hoch da bin ich dann zwei wochen mit dem bastian werner unterwegs da werden wir polarlicht fotografieren hoffentlich schöne lichtstimmungen sehen und spätestens und spätestens von dort werden dann neue videos kommen aber jetzt würde ich sagen ich verabschiede mich mal hier und jetzt geht jetzt nochmal die zeitraffer aufnahmen die ich gerade hier noch aufnehme und wünsche euch viel spaß beim anschauen und genießen so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020